Der Feind ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karfshorst gelangt. Mit dem Angriff Steilers wird das alles in Ordnung kommen. Mathira, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Sie bleiben im Raum, Keiter, Jürgen, Krebs und Puckdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie, dass sie es wagen, die beiden Befehl durch das Meisten? Oh, mein Gott, ich bin einfach geiler. Der Wiese hat mit Belogen! Jeder hat mit Belogen, so hat er es echt. Die gesamte Generalität ist im Zweiter als ein Haufen niederverreistiger Freude oder Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die für Sie verblühten. Sie sind Feiglinge! Verreist, ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist da geschmolst, das deutsche Volk! Sie schoen hier! Sie sind die Generale, weil sie Jahre als Militärakademin zugebracht haben, wo um zu lernen, wie mein Messer gabel hält. Jahrelang hat das Militär mal eine Aktionen überhiedet. Es hat mich jeden Morgen mit dem Widerstand in den Weggelegst. Es hat der Kult daran gestanden. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verrat, von allem Anfang an, bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheuer Verrat gelübter deutschen Volke. Aber alle diese Verraten werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie wird das Zauber in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne. Beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, er wird es nicht bewaltig. Er jagt mir einen Kugel durch den Kopf. Ich bin ein Kugel durch den Kopf, ich bin ein Kugel durch den Kopf. 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 Ich bin ein Kugel durch den Kopf.